Beide Mannschaften haben am Ende alles oder nichts gespielt. So, das wär's dann gewesen. Was sagen wir nun dazu? An Tagen wie diesen ist die Fußballwelt in Ordnung. Sie haben den Sieg geschafft. Bevor wir gleich nach Hause gehen, möchte ich mich noch bei Hansi Küpper für seine treffenden Analysen heute Abend bedanken. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020